Die Alpe Larchi befindet sich zwischen dem typischen Walliser Bergdorfinden und dem steil aufragenden Felsmassiv des Chaietehode gegenüber dem berühmten Torrenthorn. Im Sommer wird mit Tieren, die aus der Region stammen, klassischer Alpkäse und Ziger produziert. Diese saisonalen und traditionellen Erzeugnisse eignen sich bestens als Geschenkidee für Familie und Freunde oder zum Selbstgebrauch. Neben der harten Arbeit der Sennen und Hirten finden die Gäste aber auch ganz viel Erholung und Ruhe mit einmaligem Panorama der Walliser Alpen.